Hey, hey, herzlich willkommen zu Bitcoin Informationsshow 618, heute am 14. Mai und was für eine Rallye gestern wieder. Die positive News hören nicht auf, wir sprechen über Bug, die bald an den Start gehen mit dem Test, über eine mögliche Ebay-Krypto-Akzeptanz, Microsoft entwickelt auf der Bitcoin-Blockchain und über Starbucks, die jetzt Kryptos akzeptieren, also unglaublich, was gerade hier in der Szene los ist. Und ja, wir beginnen mit dem Preis, der Preis ist ja kurz vor der 8.000 Dollar, 7.965 aktuell. Wir waren heute Morgen schon mal kurz über der 8.000, heute Nacht mal bei 8.100, das scheint so die nächste Resistance zu sein. Ja, schießt der Bitcoin jetzt da durch, geht bis auf 10k, alles ist hier denkbar. Also aktuell gibt es kein Halten mehr, unglaublich positive News. Bevor wir wieder ins Thema einsteigen hier, dann danke an unseren Sponsor Coinmerz.io. Dort kannst du über 100 Altcoins und Kryptos ganz einfach per Sofortüberweisung kaufen. Der Link dazu in der Beschreibung. Also starten wir mit dem Thema Bugt. Das ist etwas, was lang erwartet wurde. Viele Leute haben darauf gehofft, dass es endlich losgeht. Und ja, die Handelsplattform ICE, die Intercontinental Exchange, WACT hat jetzt für Juli einen User Acceptance Test angekündigt. Ja, um halt das Ganze mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer gestern verbreitet. Ich vermute, einer der Gründe, warum der Bitcoin auch gestern knapp 1.000 Dollar zugelegt hat. Und ja, es ist im Endeffekt eigentlich nur ein Test. Es geht noch gar nicht so wirklich an Staaten. Nichtsdestotrotz, die News sind bullisch. Der Markt sieht es genauso. Und das hat Bugt über seinen Twitter-Kanal verkündet, gestern auf dem Blogpost. Und Kelly Löffler, der CEO, sagt auch, dass sie halt besondere Risikomanagement-Funktionen haben. Einzigartige Handelswertpapierfunktionen haben. Und genau das letztendlich, was institutionelle Investoren sich erhoffen. Ja, vor allem die Tatsache auch, dass es da zwei Bitcoin-Futures geben wird, ist recht interessant. Zum einen, einer auf monatlicher Basis, der andere auf täglicher Basis. Also auch hier, denke ich, für die ein bisschen mehr traden wollen, sehr interessant. Ja, und die haben dann Möglichkeiten, hier Wash-Trading aufzudecken. Also all das letztendlich, was für die Großen wichtig ist, wird hier umgesetzt. Bugt legt 35 Millionen als Risikopuffer selber zur Seite, wollen demonstrieren, dass sie selbst auch ins Risiko gehen. Und das ist ja ein großer, wichtiger Schritt, weil es ist hier Future-Trading nicht Cash gesettelt, sondern Bitcoin gesettelt. Ja, das kann den Preis richtig gut nach oben treiben. Sollte das ja wirklich im Markt gut ankommen und die Tests erfolgreich sein, danach kann ich mir vorstellen, dass es richtig, richtig losgeht. Und ja, der neue Chief Product Officer Mike Blandina, er war damals auch bei PayPal dabei, war bei Google als Credit Engineering Director dabei. Also jemand, der sich richtig, richtig gut auskennt, gut in der Szene auch vernetzt ist. Ja, also nicht die News von Bugt sind Bullish, sondern auch von Fidelity. Und all die ganzen negativen News der Binance-Sektors, Tether, Bitfinex-Drama und so weiter und so fort. Ja, das hat der Bitcoin abgeschüttelt. Und ja, diese Euphorie, die gerade bat, der ist unglaublich. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt weitersehen oder ob wir erstmal nochmal einen kleinen Pullback sehen die Tage. Da schreibt mir mal in die Kommentare, marschiert mal weiter hoch oder gibt es erstmal nochmal einen Pullback. Würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Ja, dann das Thema Ebay und Krypto. Ist ja auch schon etwas, was ein Gerücht, was länger umgeht. Da gab es nie wirklich was Offizielles. Auch jetzt nicht. Ja, aber Ebay könnte im Begriff sein, in die Kryptowelt einzutauchen. Auf der Consensus in New York gab es eine Werbung vom E-Commerce-Riesen, ob die echt ist. Der wurde nicht bestätigt. Es gab nämlich keine offizielle Ankündigung. Aber fest steht, die Werbung ist da und vielleicht akzeptiert Ebay Zahlungen per Krypto. Das könnte schlagartig 180 Millionen aktive Käufer in Berührung mit Kryptotechnologie bringen. Ich vermute, dieser Umstand wirkt sich auch natürlich positiv dann aus, sollte das bestätigt werden. Und es sind halt ein paar Bilder durchgesickert. Ich blende das Bild mal hier kurz ein. Ja, Virtual Currency, it's happening, Ebay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, dass hier das letztendlich wieder zu weiteren Spekulationen führt. Und das ist es aktuell. Ja, der Markt wird getrieben durch Spekulationen. Und angeblich, ja, sollen dann auch natürlich verschiedene weitere Coins akzeptiert werden. Die Gerichte deuten auch auf eine mögliche Partnerschaft mit dem Zahlungsanbieter YouTrust hin. Einem internationalen Zahlungsportal, das Kryptowährungen im Auftrag von Händlern akzeptiert und gegen Fiat tauscht, ja. Und auch hier der President of Global Partnerships, das ist jemand, der auch bei Ebay und Paypal vorher tätig war. Also die Zeichen stehen ganz gut. Ich bin gespannt, ob die sich jetzt dazu äußern. Auf jeden Fall war Ebay einer der Hauptsponsoren der Konsensus, was natürlich ebenfalls das Interesse des Unternehmens an dem Kryptowährungsraum verdeutlicht. Und ja, Stärke, wenn 180 Millionen Nutzer dazukommen, sollte sich das gut auswirken. Mögliche Nutzer, das heißt ja nicht, dass jeder mit Krypto zahlt. Viele wollen es ja auch nur halten oder auch gar nichts damit zu tun haben. Jo, weitere positive News, Microsoft entwickelt ein Identitätsnetzwerk auf der Bitcoin-Blockchain, ein dezentrales Identitätsnetzwerk. Und das wurde auch gestern bekannt gegeben. Und im Blogbeitrag heißt es, das sogenannte Identity Overline Network, ION. Ja, das beruht auf einem offenen Standard. Und die wollen letztendlich hier das Ziel wahrmachen, das Ziel verfolgen, dass jeder Mensch eine dezentralisierte digitale Identität besitzen sollte, die er selbst kontrolliert, geschützt von Identifikationsmerkmalen, die einen sicheren Austausch ermöglichen, um den höchstmöglichen Datenschutz zu garantieren. Ja, und ich denke, sie wollen das so machen, dass sich die Identität reibungslos in den Alltag integrieren lässt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und ja, das ist, denke ich, etwas, was einen großen, großen Use Case hat. Und Microsoft, ein weltumfassendes Unternehmen, denke ich, hat ja gute Chancen, das voranzutreiben. Ja, Fakt ist einfach, sie wollen hier, dass Milliarden von Menschen sicher über ein gemeinsames, übergreifendes System interagieren kann, das auf offenen Standards beruht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, denn wir kennen alle die ganzen Datenskandale seit Jahren. Unsere Daten werden verkauft, missbraucht und so weiter und so fort. Eine digitale Identität auf einer unveränderbaren Blockchain, wo der einzelne Mensch die Kontrolle hat. Ja, das ist, glaube ich, die Zukunft. Mit so einer Identität kann man natürlich viel machen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang von vielen weiteren Optionen, die das Ganze öffnet. Und Dezentralität ist ja etwas, was immer mehr auch an Beliebtheit gewinnt. Einfach die Kontrolle auch über seine Daten zu haben, dass es kein Unternehmen mehr hat. Ja, das ist nicht das erste Projekt von Microsoft oder das erste Blockchain-Projekt. Die haben ja schon einiges für auch Ethereum-Blockchain gemacht und das wird auch mittlerweile von Starbucks genutzt, so heißt es. Und auch Starbucks gibt es neue News, also die guten News reißen nicht ab. Denn Starbucks und weitere Unternehmen wie Nordstrom, Barnes & Noble oder auch das Amazon-Unternehmen Whole Foods, die akzeptieren jetzt Kryptos und die Leute, die das wahrgemacht haben, das sind die weltbekannten Facebook-Mitbegründer, ja, angeblichen Mitbegründer, ja, das ist ja immer noch eine Diskussion. Haben natürlich auf jeden Fall gutes Geld kassiert, die Winkelvoss-Brüder mit ihrem eigenen Gemini-Dollar, den sie aufgelegt haben. Die haben eine App, die Speeden-App, S-P-E-D-N, Speeden. Ja, und mit dieser App kannst du, ja, diese Speeden-App installieren, da kannst du Kryptos auf deinem Wallet da packen und kannst dann, ja, bei Starbucks unter anderem zahlen, unter anderem auch mit dem Gemini-Dollar. Es geht ein Foto um, wo Tyler und Cameron Winkelvoss bei Starbucks zahlen. Starbucks wollte, dass das Logo ausgeblendet wird. Die sind sich da, glaube ich, noch nicht ganz so sicher. Aber Fakt ist hier, die Zwillinge waren mega, mega begeistert. Und er sagt, wir sind jetzt endlich hier angekommen, um das Versprechen mit Kryptos überall zu bezahlen wahrzumachen. Es hat lange gedauert, sagen sie. Aber jetzt ist das nicht nur ein Gewinn für die Händler, sondern auch für die Leute, die Kryptos nutzen wollen. Denn die Gebühren sind natürlich super, super gering im Vergleich zu Kreditkarten. Und es gibt keine Chargebacks, ja, also Rückbuchungen, die mehrere Milliarden Euro jedes Jahr ausmachen. Und ja, das ist etwas, was natürlich viele Händler auch sich wünschen. Ja, auf jeden Fall sind einige, ja, hier noch nicht bereit, da öffentlich von diesen Unternehmen wie Starbucks zum Beispiel, öffentlich darüber zu reden, aber ich denke hier, das ist schon mal eine positive News. Wo man jetzt überall zahlen kann, das weiß ich nicht. Das Interessante ist, Gemini nimmt den kompletten Support darüber. Das heißt, der Händler, der weiß gar nicht zum Beispiel, dass du mit Krypto bezahlst. Das geht einfach über die App, zack. Und dann können die dann, der kann der Händler auswählen, wie ihr bezahlt werden möchte. In diesem Fall wahrscheinlich in Amerika, in US-Dollar. Und das übernimmt alles Gemini, also ein reibungsloser Prozess für die. Sehr, sehr cool. Jo, guckt mal zum Schluss auf den Markt. 236 Milliarden Marktkapitalisierung, Tradingvolumen, Leute. 91 Milliarden. Bitcoin-Dominance ist leicht gesunken. Wir waren gestern bei 60 Prozent, aktuell bei 59,6 Prozent. Aber guckt euch das an, es ist alles Grünes, leuchtet. Bitcoin 13 Prozent, den Plus, Ethereum 10. Ripple hat man auch zugelegt, 15 Prozent. Also richtig große Gewinne überall. Der Top-Gewinner ist Aurora mit 21 Prozent, Kursplus und BitTorrent mit 19. Top-Verlierer ist der Maximinkoin mit 7 und KuCoin Shares mit knapp 5. Aber der Großteil des Marktes ist Grün, es ist Bullish. Mal gucken, was der Rest der Woche noch so bringt. Also Leute, positive News, ein grandioser Start in die Woche. Von mir aus kann es so weitergehen, ich habe nichts dagegen. Und ja, damit sind wir durch hier mit den News. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir ein Like da, gib mir einen Thumbs-Up. Wir sehen uns zum Morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, mal geht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bis dahin, 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 bis dahin bis dahin, bis dahin 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 bis dah